Nakinas, willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Renaissance mit dem lieben Herrn Fenix. Moin Moin. Und wir waren im Off ein bisschen buddeln und okay gut, ich habe es jetzt nicht mehr im Inventar, aber der Herr Fenix hat schon... Ja, wir haben massig Gold und Osmium gefunden, wir waren sehr weit weg. Ja, massig, wir spielen ein Technik Modpack. Ausreichend. Ja, genau, gerade eben so ausreichend. Ja, wobei, warte mal, wenn wir das in die Schmiede packen, wird es verdoppelt. Ja, okay, gut, wir haben schon ein bisschen was, aber es ist echt nicht unbedingt gerade viel. Es sollte uns jetzt zumindest ein wenig helfen. So, und da wir sonst ohne den ganzen Kram jetzt nicht wirklich viel hätten machen können, oder nicht großartig hätten voranschreiten können, haben wir das jetzt mal eben im Off gemacht. Weil, ich glaube, irgendwie, keine Ahnung, drei Stunden suchen oder so hätte jetzt auch nicht viel gebracht. Achso, leg dich mal im Schlafen, damit es wieder hell wird. Boah, es regnet. Und wieso schmeißt du das schon wieder in den Grindstone? Hä? Warum grindest du das schon wieder? Schmeißt es doch in die Schmiede. Hä? Ich grinde das erst und dann schmeiße ich es in die Schmiede. Warum? Macht das keinen Unterschied? Ich habe vorhin 15 Eisen Ore in die Schmiede geschmissen und daraus wurden 30. Ja, aber das war ja von Pulverized noch. Nein, ich habe Iron Ore reingeschmissen. Kein Pulverized. Osmium kann ich in die Schmelze. Osmium kann ich in die Schmelze. Guck das an. Aber Gold. Na gut, dann kannst du Osmium pulverizen und das Gold wird so verdoppelt. Habe ich noch Gold? Ich habe noch Gold in Momentan. Ja. So, und da wir ja ein bisschen was haben, nehme ich mir jetzt mal eben hier das Gold raus. Ich hoffe, das wird alles reichen für die ganzen Sachen, die wir bauen wollen. Doch, ich denke schon. Ja, ich hoffe es. Olden Gold, zwei Ingotts. So, und dann gehe ich mal eben... Ach. Ja. Irgendwas ist mit unserer Schmiede passiert, ne? Ich weiß nicht, ob die von vornherein nicht richtig aufgebaut war oder ob wir sie kaputt gemacht haben oder so. Keine Ahnung. Die wird nie ganz aufgebaut. Okay, hier fehlt nämlich die Drains. Die Auslässe fehlten. Ja, das ist normal. Äh, nee, nicht aus Eisen. Ich wollte das Ding aus Gold haben. Alter, es ist noch nicht alles geschmolzen. Wir haben schon 18 Ingotts. Das ist mega. 40 Ingotts. 40? 40. Wir haben 40 Gold. Alter, wie geil. Endlich. So, und jetzt... Warte mal, ich habe jetzt ein so ein Casting-Ding gemacht und wir haben... Okay, das verbraucht zwei. Alles klar. Wir können jetzt Ingotts casten. Ja, das ist schon mal ein Fortschritt, ne? Ach ja. Äh... Jetzt geht's langsam voran, Alter. Endlich. Ja, echt, ey. Dieses... Immer dieser Anfang, bis du endlich mal Gold gefunden hast, ne? Das ist so schlimm. Oder überhaupt was. Ja. Ja. Na gut, Osmio mussten wir jetzt ja... Extrem... Extrem suchen gehen, weil... Weil, weil, weil halt, ne, hier, ähm... Das neu gespawnt werden musste. Ja, genau. Weil wir die Motze erst nachträglich hinzugefügt haben, also... Ach ja. So. Äh, da habe ich das Ding. Ach so, hast du eigentlich die Ink-Sex noch im Inventar? Ja. Kannst du mir die gleich mal geben? Ja, ne, warte. Doch, ich habe sie noch. Ach, Alter. Schock mich doch nicht. Ne, ich dachte, ich hätte sie schon in die Kiste gelegt. Ach so. So, jetzt kommt da... Bitteschön, Isi, klar. So, da kommt schon mal der Erste rein. Äh, ja, geil. So. Ähm... Dann kommt da einer hin und ich glaube, was war das? Eine Pressure Plate, glaube ich, ne? Äh, äh, äh. Geht das auch mit Koma-Titte? Ah, ne, das ist eine Slap. Scheiße. Das ist ein Stone... Lo... Stone Path. Hä? Warte mal. Warte mal, was wollte ich daraus eigentlich nochmal machen? Also mein Ziel ist es Windturbine. Oder Wind... Ne, Windturbine zu bauen, je nachdem, wie es reicht. Äh, ähm... Metallurgic Infuser. Und am besten noch irgendwie eine Capacitatorbank, damit wir das Strom auch sparen können, irgendwie. Capaciter. Mal gucken, ob es reicht. Capaciter Bank. Mal gucken, ob es reicht. Wäre schön, wenn. Ja. Und da können wir direkt die Query auch damit antreiben? Äh, vornach habe ich mir vorhin geguckt, wofür ich... wofür ich das brauchte. Scheiße, ich hab's vergessen. Was wollte ich denn damit machen? Womit? Ja, mit dem Ink-Sack und der Feder und dem Papier und so. Äh, Dimension World irgendwas? Linking Books? Ne, ne. Mewscraft wollte ich damit noch nicht machen. Ich wollte damit was anderes herstellen, aber ich weiß gerade nicht mehr was und ich kann's irgendwie nicht nachgucken, weil dieses Rezept irgendwie nicht verzeichnet wurde. Oh, wonach habe ich ihn vorhin gesucht? Ich weiß es nicht. Writing Desk. Ink Mixer. Book Binder. Okay, mit Mewscraft werde ich mich auch nochmal beschäftigen, aber jetzt mache ich erstmal eben... Weil, ich hätte nämlich gerne so langsam mal ein bisschen bessere Werkzeuge. Oder meinst du nicht? Äh, äh, Atomic Disassembler. Äh, 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 was kostet der? Kann ich dir nicht sagen. Ja, ich bin gerade am gucken. Atomic Disassembler? Ah, der ist doch schweineteuer, oder nicht? Ein Diamanten... Ein Diamanten... Ein Diamanten... Der ist nicht so teuer. Ja gut, können wir aber an... Mach erstmal den Strom. Ansonsten können wir den ja gar nicht aufladen. Ja, zwei... Ich gucke jetzt gerade erstmal zwei Diamanten. Gold. Der ist billig. Der kostet nur zwei Diamanten und, äh, Obsidian. Okay. Krass. Brauchen wir davon? Brauchen wir noch einen? Ähm, sag mal, wie viel Gold hast du? Hast du noch genug? Ich hab zwei... Äh, ich weiß nicht, wie viel ich brauche. Ich hab 18 Gold, das... Okay, hier sind nochmal neun in dem Ding drin. Okay, den Rest kannst du auch haben, glaub ich. Okay. Alles klar. So. So. Damit hätten wir das auch... Hast du Cobblestone? Äh, äh, ja, warte hier. Hier, Ecoclid Cobblestone hatte ich gerade, äh... Äh, wo ist es denn jetzt? Weg. Ja, genau, guck mal einfach da in die Kisten. Da ist genug drin. Okay, genau. Ach, da ist die. Ähm, wobei, ne, warte mal. Die wird sowieso immer aus Papier gemacht, dann... Kann die eigentlich hier drin bleiben. So. Ähm, dann brauchten wir... Also zumindest für, für, für den, für den Hammer erstmal. Und was ist das? Das war ein, äh, Tough-Tool-Rod, oder? Tough-Rod oder Tool-Rod? Boah, ich hasse das, wenn das da nicht drin steht, ne? Haben wir hier irgendwo Strom in der Nähe? Oder nur unten? Äh, nur unten. Warten, der Scheiß. Das ist ein Tough-Rod, okay. Tool-Rod, Tough-Rod. So. Natürlich ist unten kein Strom mehr. So, dann schmilzt das jetzt auch nochmal. So. Als ob die Kohle kein... Dings findet. Die Query keine Kohle gefunden hat. Achso, ich hab da... Ich hatte da schon ziemlich viel rausgenommen an Kohle. Äh, hier oben in den Öfen ist Kohle. Ohne Ende. Pff, 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 pff. Was brennt denn noch? Ganz ehrlich, die kann sowieso ruhig mal weiterlaufen. Also von daher... So, und rein damit. Wollen wir mal ganz kurz ausprobieren. Oh, okay, ich hab Petroleumbein besser. Okay. So, gut, von mir aus, mach mal. So, dann verteilen wir die Kohle wieder hier in die Öfen. So. Werkzeug. Hammer. Was haben wir an Materialien? Wir haben... Copper ist jetzt nicht so dolle. Eisen. Molten Obsidian wäre vielleicht auch ganz cool. So ein Obsidien-Kopf. Oh, wir haben 10 Obsidian. Cool. Eins, zwei. Wart mal, schafft es die Schmiede Obsidian zu brennen? Schauen wir mal, ob die das hinkriegt. Tin, Copper, Iron, Lead. Ah, hier oben ist auch noch jede Menge Petroleum. Ach, komm schon. Wir haben hier keine vernünftigen Materialien. Ja, ich glaub, dann mach ich den aus Eisen, Obsidian und Papier. Oh, Zuckerrohr wächst ja schnell hier. Wo hab ich das ganze Zuckerrohr hingetan? Da ist noch welches. Ich hatte doch viel, viel mehr Zuckerrohr. Äh. Auch noch Zuckerrohr. Da ist noch ein Zuckerrohr. Wieso hab ich Glowstorm? Ach so, von Hexenkiln. Da sind noch Zuckerrohr. Okay, alles klar. Ich hoffe, das reicht, ey. Ich hab mir hier unten auch nochmal ne Workbench gemacht, weil das ist einfach nervig, ganz in den Omen zu rennen und zu craften. Ich hab kein Problem, hier oben stehen drei Stück. Warum nimmst du nicht eine mit? Hä? Eins. Nee. Ist das jetzt dein Scheißernst? Okay, weißt du, warte, ich weiß gerade eh nicht, wofür ich das gebraucht habe. Dann, hä? Ach so, ich brauch ja 16. Das ist das Falsche, Falsche. Da rein. Hä? So, da. Alles klar. Ähm. Was war das denn? Massen. Die hat gerade irgendwas tierisch laut gebrummt. Das war hier unten. Das war bei dir? Okay. Crazy. So, jetzt machen wir ein Eisenrod. So. Kann der da rein. Dann machen wir jetzt den Hammerhead da rein. Machen den aus... Lol, 20 Obsidian. Aus 10 Blöcken Obsidian sind 20 Molten Obsidian geworden. Alles klar. Ich spiele jetzt den Glöckner von Notre Dame. Ja, mach mal. Und habe ich hier einfach oben eine Windturbine aufgebracht, weil das bringt einfach so viel Energie. Wo? Ach, da oben. Hm. Okay, alles klar. Wow. Kann ich auch noch eine zweite Windturbine machen? Ja, dafür habe ich doch gerade dieses Teil da genommen. Oh, die Feuer ist remaining. Okay, krass. Und wenn ich jetzt den Stone Tuffrott da rein tue, hat der nur 220 Lol. Okay. Warte mal, wenn ich jetzt auch noch einen Obsidian Stab nehme. Okay. Tag. Tag. Nee. Sag mal jetzt nicht, ich habe eins zu wenig gemacht. Oh Gott, ich muss essen, ich muss essen. Ich dachte schon, du willst jetzt mitten in der Aufnahme essen gehen. Nein. Das wäre es jetzt gewesen. Ja. Ich muss essen. Und tschüss. So, absieren. Hä? Check ich nicht. Wenn ich jetzt aber Stone da reinlege, nur noch 220. Hä? Dämlich. Also, ich checke Tinkers irgendwie nie so richtig. Ja, egal. So. Klopper. Ich habe einen neuen Hammer. So, nein. Nicht da rein. Ich muss ja hier rein. So, da hin. Da hin. So. So. Bam. Hä? Bam. So. Jetzt checke ich das. Warum das nie... No, Leute. Warum das nie ging. Wie viel Steel brauche ich denn? Steel Dust. Bei mindestens. Wow. Krass. Nein. Äh, 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 ähm. Was mache ich denn? Was machen wir? Was kann ich jetzt noch machen? Ähm, 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 ähm. 16. 16. Du, Village hier ist auch eine fette Idee. Ah, wie war das nochmal mit Tinkers? Ich muss mal eben was gucken, ey. Wenn du so ein Honk anstatt oben die Energie zu nutzen, mache ich, ich werde die Query leer, Alter. So, ich mache jetzt ein Kabel, damit ich die unten zur Query hinpacken kann. Damit die Query automatisiert läuft. Okay. Und keine Kohle mehr brauche. Fette Sache. Nice. Modifying a tool. Da kommt schon. Modifying a tool. So, okay. Ein Diamond und ein Block of Gold. That's a modifier. Äh, enchanten Golden Apple und ein Block of Diamond noch ein. Okay. Hm. Silk Touch. Silk Yellow. Wie geht denn das nochmal? Ein Smaragd mit, äh, Silk Loss drumrum. Okay. Ein Smaragd haben wir eh nicht. Egal. Äh, Luck. Okay. Luck wäre vielleicht sinnvoll auf dem Hammer. Harvester. Harvester. Acht Gold. Hatten, äh, den, den Energetic, äh. Hast du noch Dings? Sowieso nicht, das lohnt sich noch nicht. Das Invar? Äh, was? Das Invar. Was ist mit Invar? Ich brauche sechs Stück. Hast du das noch, dein Invar? Äh. Nee. Oder was du da hattest, um irgendwann herzustellen. Äh, das Ferris Metal. Ja. Das hatte ich hier oben eigentlich in die Kiste getan. Kannst du das mal bitte mir gleich geben, wenn ich wieder runterkomme? Wenn du wieder hochkommst, meinst du? Nee, ich bin oben. Achso, okay. Okay, Minder. Äh. Äh, warum habe ich jetzt Stone Plates? Achso, weil du gerade in meinem Müll gelaufen bist. So, da ist das Ferris. Ähm. Ähm, ähm, ähm. Es sind aber nur zwei. Ja. Wie mache ich daraus sechs? Mit einem Ferris und zwei Eisen entstehen drei Invar. Ah, okay. Äh, kein Diamanten, sondern... Oh, da ist Lapis. So, ich mache jetzt noch Lack auf meinen Hammer. Und dann haben wir eine überdimensionierte Folge. Mehr Lapis. Mehr Lapis. Oh, warte mal, habe ich hier oben noch Lapis? Hör mal, ähm... So, jetzt habe ich da ein Kopperohr hingepackt. Sollten wir vielleicht mal die Folge beenden? Sollten wir. Ja, ne? Okay, alles klar. Alles für die Schmiede. Ja, liebe Leute. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Helft uns, die Videos zu teilen. Äh, schaut bei mir oder bei ihm vorbei. Wie auch immer, wo ihr gerade guckt. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao. 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 Vielen Dank.